In diesem Video zeigen wir Ihnen Bilder aus den unbekannteren Gegenden Irlands. Fast jeder kennt inzwischen den Ring of Kerry und entsprechend überlaufen und voll sind manche Stellen dort. Es ist nicht ganz einfach, ein paar gute Bilder zu machen, ohne dass einem ständig ein Reisebus vor der Nase steht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vom Ring of Skellig aus gibt es großartige Blicke über das Meer und die vorgelagerten Inseln. Vom Ring of Skellig aus gibt es großartige Blicke über das Meer und die vorgelagerten Inseln. Vom Ring of Skellig aus gibt es großen Graschenland-Fahrer und vorne rechts Taschenalve. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Ferne, südlich der Dingle Bay, nochmals die Cary Heights Insel Und nach Osten, links, am Ende der Bucht, in Spiech Und nach Osten, links, am Ende der Bucht, in Spiech, 2020 Und nach Osten, links, am Ende der Bucht, in Spiech, 2020 Und nach Osten, links, am Ende der Bucht, in Spiech, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020